Musik Wenn Sie von Schaffhausen Richtung Westen fahren, fahren Sie zuerst durch Neuhaus am Riefall durch und kommen anschliessend auf Beringe. Beringe ist hier zum Klecki und damit der Anfang zu einer sehr attraktiven Region, sei das zum Leben, aber auch zum Arbeiten oder wo es auch attraktive Möglichkeiten gibt, Zeit als Gast zu verbringen. Beringe hat 3400 Einwohnerinnen und Einwohner und die Gemeinde möchten wir Ihnen jetzt kurz vorstellen. Musik Durch die attraktive Lage in der Nähe der Stadt Schaffhausen und der guten Verkehrsanbindung, wie auch durch die schönen Wohngebiete und die fast 2000 Arbeitsplätze in unserer Gemeinde, wächst Beringen kontinuierlich weiter. Musik Mit dem Rande, mit seinen Aussichtstürmen und gemütlichen Wirtschaften und dem Klecki mit seinen Rettbergen verfügt die Region über ein beliebtes Naherholungsgebiet. Musik An sonnigen Sommertagen finden Sie in unserer schönen und ruhig gelegten Badenerfrischung und Entspannung. Geniessen Sie die sportliche Betätigung im kühlen Nass. Wer es aktiv will, findet weitere vielfältige Möglichkeiten, sei es bei Springen, Beachvolleyball spielen, auf dem Spielplatz oder auch beim Spielbach. Musik Über 500 Schülerinnen und Schüler, teilweise auch aus unserer Nachbargemeinde, können zu Beringen ihre Schulpflicht in den Primar- und Orientierungsstufen absolvieren. Und im Alters- und Pflegeheim Ruesitz werden Seniorinnen und Senioren aus vier Gemeinden betreut und gepflegt. Musik Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner fahren zur Arbeit oder in die Schule nach Schaffhausen, Winterthur oder auch nach Zürich. Musik Aber heute zu Beringen selber gibt es viele Arbeitsplätze. In teilweise schweizerweit oder weltbekannten Firmen. Brauchen Sie eine Bank oder eine Post oder suchen Sie Einkaufsmöglichkeiten? Mit dem Angebot zu Beringen finden Sie fast alles für den täglichen Bedarf. Musik Musik Aber auch wenn Sie mal etwas trinken oder essen wollen, finden Sie in unseren Wirtschaften ein vielfältiges Angebot. Musik Auch im öffentlichen Bereich ist für die Bevölkerung sorgt. Unsere professionelle Gemeinsverwaltung steht der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Verfügung. Musik In unserem Ortsmuseum finden Sie interessante Zügnisse aus früheren Zeiten. Ein Besuch lohnt sich bestimmt. Musik Musik Ein Dorf lebt von seinen Vereinen. Über 60 Vereine und Organisationen sorgen für ein abwärtslichreiches Jahresprogramm. Musik 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 Hören Sie sich angesprochen? Es hat sicher auch für Ihre Bedürfnisse einen entsprechenden Verein in unserer Gemeinde. Musik Musik Haben wir es jetzt lustig gemacht? Dann kommen Sie doch mal vorbei, uns zu Beringen. Kommen Sie mal vorbei für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Oder wenn es Ihnen gefällt, dürfen Sie ruhig auch länger bleiben in unserer schönen Region. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.